Komm mit mir mit als Pink-Konzert! Yay! Morgen hat angefangen in Griechenland noch in den Ferien. Dann ist es aber auch schon losgegangen nach München als Konzert. Im Flugzeug habe ich noch eine neue Song weiterproduziert. Und dann bin ich im Hotel angekommen, eine kleine Roomtour. Danke vielmals für die Tickets. Dann habe ich versucht einen Pink-Inspired-Look zu kreieren. Und es hat auch funktioniert, weil ich gefragt wurde, ob ich den Pink-Irisch-Fürster sehe. Der Bulli konnte auch nicht fehlen. Es hat einfach alle Pink angekommen. Und sogar auf dem Hügel oben hat das Publikum kam, um ins Stadion zu schauen. Und dann ist es losgegangen. Am Abend bin ich dann tot, mir hat aber ein unglaublich dankbar und glücklich ins Bett geholt. Am Morgen hat es aus Prinzip noch eine Weisswurst gegeben. Und dann ist es mit dem Zug auch wieder zurück in die Schweiz gegangen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst.